Alle Jahre wieder kommt die Zeit, wo man sich ein bisschen zum Trottel macht und lustige Weihnachtsmann-Mützen aufsetzt. Ja, ho ho ho, liebe Shadowplay-Members, jetzt ist wieder Weihnachtszeit, ich hab eigentlich voll Stress und muss sauber machen. Und der Chef gibt mir eine völlig blöde Aufgabe die ganze Zeit, jetzt soll ich die MP3 sauber machen. Ich bin die ganze Zeit dabei am schrubbeln, sonst war nichts. Uhhhh Uhhh Oh Last Christmas, I gave you my heart, but the very next day, you gave it away. Ich hoffe, euch geht's gut. War ja ein ziemlich beschissenes Jahr, aber nützt ja nicht, na gut. Und dann Weihnachtsgrüße für euch zu formulieren. Aber wisst ihr was, ich finde es gut, weil das heißt nämlich, dass es Leute gibt, für die man sich zum Trottel machen kann. Hallo liebe Shadowplayer, schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr euch gebt. Und vielen Dank, dass ihr uns in diesem merkwürdigen Jahr 2020 die Treue gehalten habt. Herzliches Jahresendzeit-Grüße von Vera. Und so will ich es auch nicht weiter ausschweifen lassen. Wir sehen uns hoffentlich bald wieder. In diesem Sinne, ho ho ho. Bleibt gesund und bis bald. Die würden sich übrigens auch freuen, wenn dieses Jahr ohne Böllerei abgehen würde. Tschüss. Tschüss. Merry Christmas. Schöne Weihnachten. Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020